In diesem Video wollen wir Sie auf Webseiten aufmerksam machen, die gezielt also OER beinhalten und teilweise schon sehr lange solche Inhalte zur Verfügung stellen. Wir ermutigen Sie dabei, dass Sie sich mit diesen Links etwas auseinandersetzen. Vielleicht finden Sie so bereits etwas, was Ihnen im Unterricht hilft. Beginnen wollen wir mit den internationalen Seiten, allen voran der OpenCourseWire des MIT. Die älteste offizielle Seite einer Universität, also mit offenen Bildungsressourcen. Und hier befindet sich also tatsächlich ein wahrer Fundus an englischsprachigen Unterlagen. Danach gehört unweigerlich natürlich auch OpenLearn, der Open University UK genannt, wiewohl es fast logisch erscheint, dass eine Open University auch offene Bildungsressourcen anbietet. Ein jüngeres, aber sehr umfangreiches Projekt, vor allem in Bezug auf kurze Lernvideos, ist die Kahn-Akademie. Ein Projekt, das sehr klein begann und heute aber ein sehr umfassendes Angebot bereits verfügt. Dort können Sie also unterschiedliche kurze Videos ansehen. Eine europaweite Plattform ist europeana.eu. Die schreibt bereits auf der Webseite, dass sie mehr als 45 Millionen Artefakte enthält und davon sind sehr viele eben auch offen lizenziert. Darüber hinaus findet man natürlich dann die sehr großen Datenbanken, meistens in Form von Wikisystemen, zum Beispiel also der Wikieducator, die Wikiversity oder auch eben Wikibooks. Wikis grundsätzlich sind ein sehr guter Hinweis, da natürlich auch die Wikipedia und alle ihre weiteren Übersetzungen in andere Sprachen unter einer CC-Lizenz stehen und damit einen umfassenden Datenbestand liefern. Das gilt natürlich auch für das deutsche Pendant. Damit also zu den deutschsprachigen Angeboten. Beginnen wir dann mit dem Wiki, der Zentrale für Unterrichtsmedien, kurz Zoom-Wiki. Hier findet man für den Schulgebrauch, das ist wirklich sehr stark für Schulen ausgelegt, offen lizenziertes Material. Dann gibt es zum Beispiel das Austria Forum. Das ist ein Wiki mit Schwerpunkt Österreich. Mit vielen sehr, sehr offenen Ressourcen und unterschiedlichsten Inhalten, aber wie gesagt mit dem Schwerpunkt auf Österreich. Eine sehr spannende Plattform ist auch zum Beispiel EduTax. Die verfolgt ein bisschen ein anderes Konzept und nämlich werden hier links, also auf offene Plattformen gesammelt und sind dort also eben verfügbar und man kann hier in dieser Links-Sammlung mehr oder weniger suchen und dann auf freie Inhalte stoßen. Danach kommen die beiden deutschsprachigen MOOC-Plattformen und zwar jene von unseren Kollegen und Kolleginnen in Lübeck, kurz MOIN genannt und natürlich auch iMOOCs, also auf der Plattform, wo sie sich gerade befinden, die eigentlich zu ihrem Credo haben, dass sie auch ausschließlich Open Education Resources anbieten. Eine Möglichkeit, also was besonders Bildmaterial betrifft, ist also der Tiroler Bildungsserver, kurz TIPS genannt. Die bilden eine wirklich gesagt eine umfassende Bilderdatenbank an. Und zur Geschichte finden Sie zum Beispiel die Plattform SEGU-Geschichte. Neben den Plattformen gibt es natürlich auch Einzelprojekte oder man sagt auch gern Leuchtturmprojekte, die im deutschsprachigen Raum durchgeführt wurden, wo verschiedene Lehrende versucht haben, sich diesem Thema zu verschreiben und von sich aus Open Education Resources anzubieten. Und da voranschreitend gehört natürlich dazu das erste deutschsprachige Open Education Resources Schulbuch. Und zwar kommt es aus Berlin, handelt über Biologie und entsprang also dem sogenannten Schulbuch OMAD-Projekt. Weiters gibt es das Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien, L3T, gilt also heute als das erste große, umfassende, offen lizenzierte deutschsprachige Lehrbuch und ist bereits in zwei Auflagen mit sehr vielen Kapiteln online zugänglich. Erwähnen möchte ich auch die Mathe-Videos von meinem Kollegen Christian Spannagel, die heute also sehr vielfach in didaktischen Szenarien, insbesondere in didaktischen Szenarien Inverted Classroom oder Flipped Classroom, eingesetzt werden. Und dann gibt es noch ein sehr nettes Projekt, das in Österreich entstanden ist, das sogenannte E-Learning 1x1 der virtuellen BH, mit dem Ziel, also Lehrende zu informieren und didaktische Hinweise für den Einsatz von neuen Medien im Unterricht zu geben. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass OER sich also nicht nur in diesen spezifischen Plattformen befindet, sondern dass natürlich auch sehr, sehr große Plattformen explizit durchaus erlauben, eine freie Lizenzierung anzugeben. Und dann haben meistens Suchende grundsätzlich die Möglichkeit, entsprechende Filter zu setzen und damit also dieses Material dort zu finden. Dazu zählt einmal, was das Bildmaterial betrifft, die zwei großen Plattformen Pixabay und Flickr, die also tatsächlich ein offen lizenziertes Material enthalten und danach suchen lassen. Bei den Videos sind es natürlich die große Video-Plattform YouTube oder auch Vimeo. SlideShare an sich, was die Plattform für die Präsentationen ist, lässt zwar eine offene Lizenzierung zu, hat aber die Suche eingeschränkt mittlerweile. Natürlich ist das nur eine Form von Beispielen. Das heißt, Sie werden viele unterschiedliche Dinge natürlich noch finden können. Aber ich hoffe, Sie haben einen Eindruck gewonnen, dass durchaus OER keine Einzelbewegung ist, sondern dass sich weltweit schon sehr viel Anstrengung unternommen worden ist, um eben offene Bildungsressourcen anzubieten, auffindbar zu machen und damit also tatsächlich auch zu fördern. Schnellung Untertitelung des ZDF, 2020